Tag auch hier zu einer neuen Folge Let's Play Rome 2 Total War Oh, Mensch, da sagt der Stuhl hier direkt unter mir weg Wir hatten die letzte Folge damit beendet, diese Stadt hier, Alalia, Antalya, alles gleiche zu belagern, sei es zu Wasser und zu Land Ja, Moment mal Ach genau, ja genau, die hatten Den haben wir nicht angreifen, weil die noch zu weit weg sind Gut Ich würde sagen, dann stuhle das Gefecht direkt einmal zu Anfang, wo das Ja, könnte man jetzt sagen, du hast ja noch viele Chancen und so Ja, allerdings sagt mir mein Auto Gefecht, ich hätte dann Verluste von 30% Also, dass mir noch einmal so 70% übrig bleiben Und das finde ich schon ein wenig Und deshalb mache ich das nicht Wir brauchen unsere Leute nämlich noch für unseren Afrika-Ausflug Liebe Kinder, wir machen heute einen Ausflug nach Afrika Ja, 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 da gibt es viele Löwen, Elefanten, Giraffen, Afrikaner, Katarger und Garamanten, die sind böse und Rebellen, die sind auch böse Nein, ähm, wir müssen uns dann nämlich mit den Garamanten kloppen, die Libyen vernichtet haben Wir haben, wir sind ja Katargo, äh, haben uns ja glaube ich Kohle gegeben, dass wir dem Krieg beitreten Und, ähm, ja, da wollen wir auch mal was für unser Geld tun So, und jetzt müsste eigentlich das weg sein Ja, genau, es ist immer Es ist wirklich immer so beim Wetter Ja, es ist schwach Dann wartest du, es ist stark Und dann nochmal warten, dann ist es trocken Es ist irgendwie immer so Ähm Wir haben Ist hier ein Schlandeplatz Hier kann man landen Hier schätze ich mal auch Und da auf jeden Fall Ja, also ihr kommt nach hier Genau wie wir die ganzen Welttasten So, und die Steinschleuderer Nur ist halt ihr auch Steinschleuderer So Bleiben noch die ganzen Feuertopfdinger Dann nehmen wir die drei hier Stellen wir hier hin Und die drei Stellen wir hier hin Rubo Rubo Stellen wir lieber hier hin So Grubo Grubo Ja Grubo Grubo, grubo, alles grubo Los Ramzi So Ihr ramt auf jeden Fall So, oh, ähm Ihr bitte Feuer Bein Und ihr kommt das ja gar nicht Ähm, geht dann ihr hier hin Hier kommt auch Ach, Seeschlachten Ich weiß nicht Ich glaube ich werde sie hin Oh, wo sie eigentlich kuseln General Lasst ihr euren Stahl Schreckenschiffe Antert behalten General Eines unserer Schiffe wird geentert Unser General wird angegriffen Ach, ist unser General wird angegriffen Ne, ne, glaub ich nicht Hallo, wie sollst du hier rammen Schreckenschiffe Drennt sie nieder Für sie Böcher Zu gefehl Motivieren wir uns mal selber Der Feind greift unseren Verbündeten an Ja, das Für mich aus Wenn er denn sein muss Achso, da habt ihr das Schiff platt gemacht Ihr seid super Jungs, ihr seid der Hammer Tschüss Leute War schön, euch gekannt zu haben So, jetzt wollen wir aber hier langsam mal Landen Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht Hallo, ich will da hin Ah, danke So Bin ich hier gerade Ah, okay Stell dir mal hier hin Stell dir mal hier hin Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht Stell dir mal hier hin Stell dir mal hier hin Stell dir mal hier hin Machen wir jetzt einfach mal ganz kurz hier Das ist ungefähr, dass wir ungefähr was haben Wir müssen uns nicht um unsere Schiffe kümmern Oh Hier Feuer Äh, wir brennen Was, hier können wir nicht landen? Wo? So Und halt hier hin Und ihr Können euch mal hier hin stellen Beschießen wir die noch ein bisschen was Ah, da werden die letzten Mann platt gemacht Ich weiß es nicht, das hier Oh, das ist Ziemlich doof Schaden 100% Eigenschaften 100% Geht das Ding gerade runter? Ne, oder? Ausrücken Ausrücken Hier können wir landen So Sehr schön Das macht die Allianz toll Unterstützungsschiffe bereit Unterstützungsschiffe bereit Schießt ihr alle mal hier drauf Unterstützungsschiffe bei euren Dienst Kann ich Ne, hier kann ich nicht Um das Kopfhundern kann ich nicht schießen Schade Egal Ich erwarte eure Befehle Schüttel los Schüttel warten Ja Hallo, ihr müsst rein, weil sie umkippen Ich schieße hier mit Skorpion Und Steinschleudern auf Ach, die wissen auch nie, was das Richtige ist So, ein Grüppchen Und so Steuerung G Ich will noch ein Grüppchen, aber die werden uns schon eh nicht Äh, fünf Sechs Ach Fünf Vier 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 Und ihr landet jetzt alle Super 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 Ah, okay Auch weg Ähm Doch, ihr schießt auf die Lenkler, muss ich mal Fühl uns eigentlich, wenn wir aufhören Und einfach frei schießen Genau, tot euch aus Und all weg Oh Mensch, haben sie alle nicht fluchtbeschlagen. Oh ne, hier nicht. Und euch mit dem Kümmern, dass die hier auch das Zeitliche segnen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gottswassach. Befehle verstanden! Adrianus! So. Ihr könnt da auch mal noch hier lösen. Oh, die brennen aber im Sinn. Begeistert! Generaltod! Juhu! Ich schätze mal, der katharische General ist gefallen, oder? Eine unserer Einheiten! Eine unserer Einheiten! Der Fall greift unseren Panzergeneral, wird angekreides unserer Schiffe! Eines unserer Schiffe wird geentert! Welche General ist tot? Generaltod. Hm. Was weiß ich. Stellt euch erstmal dahin. Sollte für den Anfang genügen. So. Ah! Ah, scheiße. Ja, das war natürlich ein wunderbarer Schlachtzug. Äh, Schachtzug. Einfach mal stehen lassen. Einfach mal stehen lassen. Wird schon nichts passieren. Ach, scheiße. Auf alle Rinder. Hier vier. Hopp. Hier rüber. Ah, hier sind ja mal Sekten. Nee, jetzt nicht fünf. Rinder. Da sind zwar auch ein paar Späre, aber trotzdem. Rinder. Da. Oh, ne, hier ist schon gut. In die rein. Ah, ja, jetzt kommt er auch mit seinen Leuten da. Los, Mann. Wieder los hier. Ich liebe ich an den Bürgerkampf. Die ist so mobil. Haben wir zwar mich nicht verloren, aber komm. Ne? Machst du nix. Hm. Ähm. So. So. Bleibt standhaft. Nein, ihr schießt bitte nicht. Ihr geht hier hin. So. Dann hätten wir die hier auch gleich. Ja, gegen so'n Piekenangsturm. Ach, scheiße. Ja. Dann, und. Wenigstens noch hier in Charge. Ach, Gott. Jungs, müssen auch laufen. Dann wird das natürlich nicht mehr verletzt. Dann wird das natürlich nie was. Komm, geht einfach mal hier hin. Ich meine, ne. Und schießt die mal da drauf. Dann haben wir hier. Ach, da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Danke Lindsey. Los, Jungs, ihr kriegt die. Wir nicht überводeln. Ah Pratente! Wo sindme die Leute? Egal. Wenn wir unsere Motivialecía frühm Congratulations machen hier, Das sind wir nicht? Du befehl! Kommandant! Befehle! Verstöcke! Der feindliche General ist tot! Das ist schön. Sieh! Wie ihr befehlt! Wir erwarten unsere Befehle! Die Genierer erwarten eure Befehle! Ich erwarte unsere Befehle! So. Ähm, wo sind... Ach, da sind. Hier kommt man da hingehen. Unser Verbündeter wurde vernichtet! Vernichtet? Komplett? Krass. Naja, hat schöne Schützenhilfe geleistet. So. Das war's. Jetzt noch schnell alles. Den Rest aufwischen. Und dufter. Ich bin die Falle uns verlassen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh, ne. Kann mal passieren. Wohlhof, schießt ihr denn? Äh, schießt mal bitte nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Könnt mal bitte... Ne, hier sind libysche Schwerträger, Mist. Oh, da können wir wieder neue Dinge drangehen. Zu Befehl! Komplett! Dann könnte er wieder weitermachen. Hallo. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aha. Das kann sein. Ich mache nur hier hinzu. Ich mache nur hier hinten hinzu. Ihr macht mir hier nach hinten hinzu. Ah, ihr... Macht die dann Platz? So. Aber noch wen? Hier hinten waren auch ziemlich viele. Sehr schön. Mit Explosiv-Tingern. Gut. Die Schockner. Oh, ist niemand mehr da. Oh, ho, ho. Ich bin ungemäht. Niemand wird fliehen. So. Oh, schlimm. Ich kann es nicht ausmachen. Nun haben wir noch irgendwo wehen. Ja, hier laufen. Aber die macht die jetzt fertig. Sybar. Ein Schlachtfeld. Oh, sehr schön verteilt ist. Okay, hier sind ein paar viele gestorben. Aber zum Glück von ihm. Nicht von mir. So. Die Schiffe. Äh. Äh. Ihr könnt normale Pfeile nutzen. So. Wir sehen hier. Genau. Normaler Pfeiler. Nicht von ihr. Alle hier drauf. Entschuldigung. Machen wir mal schnell. Mal mal hier hin. Das kann der hier nicht angehen. ng. Hier sind noch welche. Hier sind noch welche. Da laufen sie noch. Ja, mein Freund die Taktikkarte. Schon so oft benutzt. Ne? Vor allem zum Verfolgen ist es total unnötig, wenn man die Einheiten nicht mehr sieht. Naja. Vorwärts! Bereit zum Einfachen! Kammerderie! Doppelte Geschwindigkeit! Joa. Los, Kablo-Ging. Ah, da. Ah, da sind noch welche. Wir werden sie alle kriegen. Alle. Ich weiß gar nicht, aber ich schätze mal, es sind schon welche entwischt vorher. Es gibt ja den Award hier, dass kein Mann fliehen darf. Aber ich schätze mal, es sind schon ein paar gefroren. Oh, weiß ich ja nie. Wir werden hier erstmal gründlich alle ausmerzen. Schmerzen. Oha. Suchtversuch. Komm mal auch hier rüber. Jungs, ich hab gesagt, doppelte Geschwindigkeit. Ich hab nicht gesagt, Kaffeekranz oder so. Druckerfahrt. Oha, hier sind wir ganz schön viele. Aber ansonsten sind sie, glaube ich, in der Stadt jetzt recht leer. So, wir können auch den Hebrot machen. Und Last Man Standing. Ah, genau. Der Spiel ist Last Man Standing. Ich hab aber dieses Gefühl, er wird verlieren. Los, jetzt mal hier durch. Zerstüttelst vorwärts. Ich kann ja nicht mehr angehen. Da hinten ist schon der Kartenrand. Ach, nenne. Ohohoho. So ein Befehl. Wie für ihr Hohen. Tja. Es wäre eigentlich hier, äh, der Mod für, äh, ja, Rising Son of Rome, oder wie das Ding heißt. Das für die Xbox jetzt rausgekommen ist. Äh, dass man einfach in eine Einheit gehen kann und einen von den Typen spielen kann. Wow. Und vor allem, äh, bei Verfolgung. Da hätte ich, bei Verfolgung hätte ich das Ding gerne. Verfolgung, das ist so schlimm. Wenn man sieht, die Kabellerie, wie sie daran vorbeiritt, neitet. Ah, hier ist das Formationsangriff. Genau, das ist was Neues. Genau, wenn man das nämlich anmacht, dann versuchen die eben, ihre Formation zu halten. Ach, sag. Mensch. Das klöfst ja nicht. So. Los, Jungs. So. Und nochmal hier. Geht ja auch mit. Hier, Jungs, hier sind noch Überreste. So. Ich schätze mal, dass hier oben auch welche rausgeladen kann. Egal. So, ich will auch nicht in die Reste voll damit verbringen. Ich weiß nicht, wie lange ich überhaupt schon aufnehme. Los, Jungs, mach die letzten paar hier noch. Wir wollen hier nicht schlampig werden. Äh, stopp, 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 stopp. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbaut. Kann schon mal passieren. Stimmt, dass sie nicht mal aufteilen müssen und dann die... Das ist nur eventuell schon hinterher. Ah, da vorne. Das sind wir, Neckel. Und hier vorne. Oh, das sind aber richtig viele noch. Vier Mann. Mensch. Durch die Übermacht. Oha, kriegen die noch? Die noch, kriegen wir noch? Ah, das kommt Glück werden. Ah, ne. Schade. Knapp. Knappes Ding. Aber... Da sind sie weg. Tja. Gefächt beenden. Gefächt beenden. Gefächt beenden. Gefächt beenden. Warum hat der kein Schiff? Hä? Hä? Keine Ahnung. Sehr schön. Tot. Aber mehr oder weniger tot. Tot. Auch so gut wie tot. Fackeln. Da geht's unter. Das Schiffchen. Sehr schön. Oh, super. Mensch, war hier nicht noch vorher... Oh, okay, das Mikrofon gekommen. War hier nicht vorher noch hier, ne? Flotte oder irgendwo? Kann sein, dass die Katarger die Platz gemacht haben. Ja. Die mussten ganz gut einstecken. Die neue Katarger. Wir hungern nachher. Das nennt ihr eine Garnison. Aber eigentlich ist das schon ne Garnison. Oh, wir können forschen. Wir bräuchten eigentlich dringend hier diese Antikorruptionsdinger. Sechs Runden, das geht eigentlich. Weil wir haben ungefähr 20% Korruption. Und das ist nicht gut. So. Ahnen Dämpel. Und die Öfft. Es ist eine Ehre, zu dienen. So. Hammer das auch. Irgendjemand noch mit dem... Oh, mit dem Edithan. Ah ja, die wollten nicht mit uns zündeln. Vielleicht jetzt? Seid gegrüßt, mein Freund. Die Wolken mögen uns nicht. Die mögen uns nicht. Die Makoman mögen uns nicht. Schade, eigentlich nur Rücken mögen uns rum. Ach, genau rum, weil auch wir haben verstanden. Auch so ihnen. Ähm. Genau. Äh, nein, nicht ein Turm. Hier. Ihr sollt nicht türmen, ihr sollt nur dahin laufen. Haha. Äh, so. So, um könnte man noch. Ah, nicht mehr weit. Aber hiermit konnte ich schon welche noch angreifen. Und jetzt hier noch. WDR Sabotage. Oh Gott. Vorwärtsverlöften, Attentat. Oh, ist ja nicht so viel. Sabotage. Was gibt's denn hier in Tulosa? Was haben die denn hier für eine Verteidigung? Zülfmann? Nicht schlecht. Da lohnt es sich doch, quasi schon fast einen Brunnen zu vergiften. Jo, ich würd sagen. Weil die deines Amtes. Sehr schön. Huh. Range erhöht. Gegenspionage. Attentatgift. Manipulation verlocken. Ähm, Attentatgift. So. So. Jetzt hier. Angrefe. Jo. Ja, wir werden umstellen. Und dann. Und daher laufen. So, wie sieht es jetzt aus? Boah, immer noch so. Geht's jetzt? Nee. Hm, das ist doof. Dich ist doof. Jetzt. Ja, jetzt funktioniert's. Das mag ich nicht automatisch. Hohohohoho. Pyrosiek. Glorreiche Niederlage. Äh, sicher. Verbleibende Streitkräfte. 16%. Nein. Eher nicht. Nicht. Wozu stellen wir hier? Wie sieht es jetzt diplomatisch aus? Aber wir haben mit den Handeln leider schon. Äh, die Edithanien mögen uns jetzt nicht mehr. Die Ari Dingsbunster auch mal nicht. Die mögen uns. Genau, wir müssen eigentlich noch eine Armee. Nee, was ist das, was haben wir denn hier? Oh, was haben wir denn da? Ah, haben wir denn da? Haben wir denn da am Angebot? Nicht. Nicht haben wir hier. Aber davon reichlich. Äh, genau, wir wollten hier. Wir haben hier Hunger nach einer Schlacht. Genau. Belagern. Komm, holen wir die Armee noch dazu. Ja, ist nicht so schlimm. Hauptsache, ihr macht da mit. So, automatisch. Komm, 70% bleiben immer noch übrig. In die Wade rein. Ja, das war aber auch stimpfhafte Schwertkunst. Das ist also wirklich. Der ist schuld, dass er gestorben ist, wer so kämpft. Entscheidender Sieg. Brennt sie wieder. Genau, und dann können wir mit dem hier noch ihn hier platt machen. 98%. Was ist das denn? Ach, das ist so eine ganz komische, äh, Schwertypen. Oh. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Oh, da oben ist noch eine Armee. Da oben ist noch eine Armee. Wir sehen uns in der Hölle wieder gesammelt. Ich erwarte eure Befehlungen. Oh, ha? Äh, nee. Na ja, erst mal Odessos hier. Erst mal hier. Kein Geld mehr. Mist. Na ja. Äh, aber davon reichlich. So. 1900 kriegen wir aus der Provinz. Wunderbar, wunderbar. Ach, Mist. Wir kommen auch nie dazu hier. Ich überlege gerade. Also, nee. Wir machen das. Aber. Ähm. 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 Sag mal, das hier am Robert. Äh, hier lassen wir das ja erstmal weg. Und dann bauen wir hier. Eine Agora. Ja. Und wie es in der nächsten Runde aussieht. Was dort passieren wird. Und mit den, äh, hier mit den, äh, nicht die Gauten. Das sind Gauten. Äh, mit den Öldrüsen. Und mit den anderen Wolken und so. Das seht ihr in der nächsten Folge. Und bis dahin bleibt nur noch eins zu sagen. Und das wäre Tschüssi. Also dann. Tschüssi.